Hallo Leute! Herzlich Willkommen zum nächsten Mal hier Fortschrittsvideo. Ja, ich habe hier ein ganz bisschen mehr weiter gebraucht, weil ich glaube ich etwas Großes. Was ich aber noch gemacht habe, ist das hier. Also ich bin jetzt automatisch immer auf den letzten IV-Lechten vorgelegt. Das wird dann nicht überhaupt nicht, weil das ist auf dem. Und, also nein. Und gleich auf Uncharted, denn man sieht es wohl nicht, was das Uncharted ist. Mit Uncharted gibt es aber auch nicht, was man das machen. Ich kann sogar etwas scheiden, wie ich es gemacht habe. Dadurch die Gefälle dazu auch noch mal die Videobeschreibung hatten. Dann könnt ihr die auch benutzen. Dann könnt ihr die Euremphilis-Item geben. Dann kommt ihr die Euremphilis-Item, Putra-Pasinca und Stick, dann kann ich die Euremphilis-Vibe-Hitem-Heistex1 Dann hier noch das andere Uncharted-Euremphilis-Item, wieder ein Euremphilis-Item, wieder ein Euremphilis-Spieler. Dann kommt ihr die Euremphilis-8 Spone zur Zwergwein and an Enchanted. Dann kommt noch anderen Heist-Flakes, wie der das auch nicht sieht. Ich hoffe ich muss mir eine Warnung für die Umsteiger. Keine Warnung. Also hier ist es hier. Das ist ein kleines Spiel, sozusagen. Das ist der Reset Command Block. Ich zeige einfach Hey Block. Ich mach jetzt hier. Hier gibt es hier eine Strecke. Ich habe irgendwie noch eine Scheiß daheim gemacht. Unter der Konkurrenz drücke ist alles irgendwie neu. Ich habe hier einfach drei Strecke gemacht. Das ist halt auch hier. Damit man halt irgendwo was verstecken. Zum Beispiel so. Dann wieder die Türballen drauflegen. Und dann wieder zu einem Anlass kommen. Das ist nicht so, dass wir hier auch. Und das hat es geschafft. So würde es sein. Die Röcke ist jetzt hier. Das Rote Wolle gegen sich dann auch wieder. Wenn man sie gesetzt hat. Aber ich habe hier die Röcke. Mehr habe ich eigentlich nicht für diese Röcke gebaut. Ich nehme eine französische Sandpfanne. Das ist nicht gesehen. Da ist eine kleine Sandpfanne. Da ist eine Sandpfanne. Da ist eine Sandpfanne. Und die Kiste. Und die Kiste erknült. Das hat er auch nicht. Das ist nicht so. Ich muss hier auch noch mal machen. Das ist alles wieder neu. Das ist alles wieder neu. Aber jetzt habe ich schon meine Bühne gesorgt. Das ist halt nicht gut. Ich habe das alles gut gemacht. Dann kann es. Und noch ein kurz. Also, so. Sorry. Hm, genau, ja. Ich hab nicht gemacht. Mhm. Ja, hab ich oft auch nicht gemacht. Genau, wenn es so fahren geht. Wenn wir fahren, wird dann schön. Ach, ich mach mal was. Oh, die ist aber dann schon viel gewachsen. Ja, dann. Ich hab den PC extra wieder aufgeräumt. Na gut. Ja, da geht's. Ich muss einmal sein, wenn ich noch mal anzeigen. Ähm, ja. Nichts, dass ich hier. Vielleicht wird sie irgendwann mit sein, dass die Kiste kommt, der schweil ist. Ja. 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 Dann müssen wir so machen. Ja. 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 um ich will Und das Wagen war dazwischengequatscht, aber hier hab ich den Zeug auch schon gemacht. Ich zeig euch einfach nochmal. Da gibt's hier eigentlich nur so ein... Ich wollte nur noch mal drüber, das kann ich auch noch mal drüber aufsetzen. Das kann ich auch schon sehen, wenn ich auch. Ich bin auch gar nicht sicher, aber ich zeig's euch einfach nochmal. Jetzt würde jetzt halt die Blöcke dann verschwinden, aber... So, jetzt seht ihr auch schon mal das neue Feature. Und zwar würde ich da alle anstellen sofort. Ich kann's euch nochmal zeigen. So. Und... Das hab ich übrigens mit Play Sound gemacht, die Sounds. Das ist dumm, 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 dumm. Das hab ich neu gemacht, weil ich das in die Lelle finde. Und den habe ich einfach mit Ton und Brünen unterschiedlich gemacht. Ne? Ich bin schon jetzt fertig. Und... 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 Ja. So. Ich habe die Schrauben... Ich hab nicht wohl sich interessiert. Ich muss auch wirklich mal ein bisschen mehr verabschieden. Ich muss nur noch ein bisschen... Vorunterspringen sind wir auch. Wenn ich hier untersprange, wird es auch schon mal zu reparieren. Obwohl das eigentlich die Schnappe ist nicht. die ich da verloren habe und ich zeige euch hier nochmal das ist nur 1,2 das sind halt eigentlich 3, aber die anderen habe ich die Schwerte noch nicht angepasst und das geht nochmal die Schwerte ist schon aber geht egal dann kann ich jetzt besser durchschwerten DANT Scheiße so Eisenschwert 11 Angriffsschaden 3 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7 Gut, gut, gut. Spingen, spingen, spingen. Das ist okay. Spingen, spHerrnbp1, Ich muss unterbrochen, so den Top-Welfen, das hier, dass man da oben sitzen kann. Hier werden die Teams getestet. Genau, hier, Keylet A, Teams, die schon jetzt da, dass es sich nur einer zu geben hat. Oder eben 20er Klöp erkennen muss. Ich probiere das jetzt mal aus. Das Sicherheitsmaße will ich die Klöp auch mal ausmachen. Weil ich Schütze habe, das funktioniert. Jetzt sind wir dran. Hier in der Schüssel sitzen, wie die Bauerfilter in der Schüssel. Jetzt habe ich den Blut gemacht. Da, wie du siehst. Nein, ich habe noch nicht. Da ist es hier. Ich mache hier wieder selber in den Sachen. Ich zeige es ab und zu. Ich sehe es nochmal so. Dipp, dipp, dipp. Dipp, dipp. Wieso, ähne. Jetzt bitte. Nimm, vier, drei, zwei, eins. Okay, mit eins. Und P ist es reichen. Dipp, 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 dipp. Soll ich das mal durchlegen. Und so weiter. Und der E-DX-01. Dann sind wir jetzt noch mehr Sachen davor. Und ich pass auf die E-Aus. Weil ich schon wieder schätze. Ich schon wieder schätze. Ich sag mal, geht das auf Windows? Bei mir schon nix. Ich meine, ich hab's zusammengeleidigt. Irgendwie was du machst, bevor du das gemacht hast. So, dann ist wieder die Barrierenband. So mache. Ja, es funktioniert. Habe ich schon wieder was gelernt. Geil. Oh. Okay. So, nächste Map. Seht ihr schon eine Menge Partiliösen hier? Okay. E-Aus. So, das geht mit 1. Okay das geht mit 1. Dann werden wir jetzt gleich wieder zu 1. Dann werden wir jetzt noch wieder zu. 4. A-Aus. Das geht mit 1. Und was in diesem Jahr noch geaktiviert ist. Vielleicht werden wir hier noch ein Fieber zum Einzelnen, weil da auch ein Fieber mit einem anderen Gegner bekommen, wenn es geht. In dieser Texte kommt das jetzt hier gespielt, in dieser Bespielung wir noch gebaut haben. Und zwar ist PNT-Ride. Da fahre erstmal noch ein bisschen in kleiner Zeit, dann noch ein Winterspiel. Und jetzt schon. Die Winterservice funktioniert auch, wie ihr seht, dann kommt man schon sehr schön. Überall die klare Lager nicht los, wer das spielt. Dann kann man das auch wissen. Ja, und der Feld ist ausgeschrieben. Es geht ja immer schon mit der Regel, und ich bin jetzt mal mit einer Waffe. Ich bin jetzt mal ganz schnell. Ich bin jetzt kein Profi hierin, aber... Ich bin sehr gut. Okay, dann starten wir wieder sofort. Aufnehmen wir einmal, komm mal, komm mal, komm mal. Und, ja, funktioniert. So, das ist der Kleine. Hier, wie ich jetzt mal ein Fremdverbot habe hier. Und, ja... Das hier ist ein Musikkasten. Das ist das Band, wie hier steht. Und hier steht auch schon da in Roten. Und hier ist ja jetzt die Linzer der Block. Das ist das gemacht. So, das halb ich ja auch. Und hier, wie wir das gemacht haben. Jetzt sind wir noch eine Partikel, eine Reaktion. Und, das geht jetzt mal wieder aus. Dann geben wir noch ein Spitz hier rein. Hier der Schalter. Dann nehmen wir hier Partikelnote. An den Koordinaten. Aufnehmen. Und hier drs. Wir kommen zum Beispiel. Ich werde euch den nochmal auf den Individuen verstanden. Ich verwende es mal hier alle. Und jetzt spreche die sich jetzt nicht an. Und jetzt denke ich halt hier mal die Kontenflotte. Und wenn wir eine andere Einrichtung mitmachen. Dann würde er irgendwann einfach so gut verordnen. Das wäre nicht. Das ist mir immer einfach. So, jetzt haben wir die Wolle verändert. Jetzt habe ich auch mal nach der Zeit gemacht, wenn ich jetzt auch vorliegen will, ich habe mir jetzt auch eine Wolle verändert. Ich habe das auch in der Wolle verändert. Ich habe die Wolle verändert. So eine Art Klock. Vielleicht auch die Wolle, die wir da jetzt auch noch vor Ort. Und dann sage ich mir dann eine andere Wolle. Jetzt müssen wir jetzt die Party sehen. So! So! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Weg damit! Da! Da! Da zu jedem Zeit! Und dann hier! So dann sind wir wieder neben den Geraden, da können wir wieder einsammeln. So, da ist eine kleine Welt, die ich mir runtergeladen habe, die ich vor fünf Minuten gehen werde. Da habe ich mir runtergeladen. So. Da habe ich mir noch ein Zeug. So. Ich kann auch mal zum Schluss, da habe ich mal kurz, oder nicht. Also, wenn ich mir eh wieder eine schnelle, schon zu mir jetzt. Das ist sonst wie der Spur-Täter. Und, äh, ich kann das jetzt mit Giant Swarm. Wie gesagt. Und hier habe ich mir mehr runtergeladen. Wir haben mehr auf den Spielen. So, letztes Mal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gröbelnlos, aber... Warten wir es ab. Wenn ich noch das Tech-Shot nicht ändere, dafür werde ich aber ganz gut mit einem Stopp machen, weil... Ich steck das gleich. So. Ich habe das Tech-Shot jetzt geändert. Und... Oh, jetzt sieht es auch schon wieder aus. So. So. Ich zeig es euch uns genau aus Prinzip. Ich brauche jetzt mal... In Minecraft-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot-Shot. Und, ähm, das ist eine Markkappe-Shot-Shot-Shot. Und... Hier. Und, ähm... Die Schotze sind jetzt für Leute und alle zeigen. Das ist nicht so viel Böses. Und ja, da ist auch nicht mehr drin. Ja, die hatte ich nicht mehr drin. Schmutz war alles selber, weil ich nicht mehr drin geholt hab. Ja. Ich muss noch zeigen. Die Treppe, die ist am Weg. Du, 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 du. Scheiße. Mist. Mal wieder bleiben. So, wenn man über die Treppe runter. Hier durch den Tunnel, den ich auch als Schick finde. Geht da auch nicht mehr Tabelschreiben. So, nun hat man hier ja nicht mehr so viel gebaut. Aber... Hier wieder mit dem Tunnel alles gegeben. Und... Es hat immer ein iPhone gebaut. Ich glaube, er hat das gebaut. Ich find das mit der Kappe ja voll geil. Aber... Es ist sensibel. Und ich hab ja trotzdem gar noch mit dem Online-Aussehen. Weil es so wie schon ein bisschen die Welt ist. Ich glaube, ich zeige euch mal. Es ist... Es ist sehr schön. Ich bin da. Und... Untergeht. Weil das geht auch immer noch lassen. Vielleicht zeigen wir mal. Und ich weiß es nicht mehr so viel, wenn ich jetzt mit dem Video habe, es funktioniert.